Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir einen JTL-Connector einrichten, um JTL-Wawi mit einem Shopware 5 Shop zu verbinden. Das Video richtet sich an erfahrene Benutzer, da wir mit einem FTP-Client Dateien hochladen müssen. JTL-Wawi ist in unserem Fall schon länger im Einsatz und ist daher schon mit Artikeln befüllt. Unser Shopware hingegen ist frisch aufgesetzt und wir möchten ihn von Anfang an mit JTL-Wawi in Betrieb nehmen. Bitte beachten Sie, dass sobald ein JTL-Connector installiert wurde, die JTL-Wawi ab dem Zeitpunkt der Installation als federführendes Element gesehen wird. Sie sollten die Artikelpflege dann nur noch über JTL-Wawi machen, also Bestandsänderungen oder das Löschen und Neuanlegen von Artikeln sollte nur noch über JTL-Wawi geschehen. Als erfahrener Nutzer von JTL-Wawi haben wir durch den JTL-Connector einen entscheidenden Vorteil. Wir müssen uns nicht in die Funktionsweise von Shopware einarbeiten, um unsere tägliche Arbeit auszuführen. Unser Shop ist im Moment noch leer, aber das werden wir ändern. Als erstes loggen wir uns ins JTL-Kundencenter ein und gehen dort auf den Menüpunkt Lizenzen. Hier wählen wir den Punkt JTL-Connector aus. Im Dropdown können wir uns nun einen Connector aussuchen. Wir werden in diesem Video den Shopware 5 anbinden und wählen daher auch diesen Connector aus. Dann klicken wir auf Testen, um die Lizenz hinzuzufügen. Jetzt können wir den Connector direkt mit einem Klick auf Download runterladen. Es wird dann ein Punkt ZIP-Archiv heruntergeladen. Nach dem Download muss dieses Archiv nur noch entpackt werden. Darin finden Sie einen Ordner mit dem Connector. Dazu aber später mehr. Wir müssen festlegen, für welche Domain wir den Connector benutzen möchten. Das machen wir mit einem Klick auf Ändern. Hier tragen wir die Domain ein, auf der unser Shopware 5 läuft. Bitte beachten Sie, dass hier kein führendes http// nötig ist. Nach einem Klick auf Ändern ist die Domain eingetragen und mit einem Klick auf Zurück kommen wir wieder zurück zur Lizenzverwaltung. Oben im Menü befindet sich unsere Wawi-Lizenz. Diesen Lizenzschlüssel müssen wir kopieren. In JTL-Wawi wechseln wir dann zu Hilfe Lizenzen – Lizenzverwaltung. In der jetzt geöffneten Lizenzverwaltung klicken wir auf Lizenzschlüssel. Hier tragen wir jetzt den Lizenzschlüssel aus dem Kundencenter ein. Unsere Shopware 5 Connector Lizenz wird jetzt gelistet und wir können mit der Einrichtung fortfahren. Um den Connector jetzt auf unseren Webspace zu laden, verbinden wir uns mit einem FTP-Client. In diesem Video benutzen wir FileZilla, aber jedes andere FTP-Programm funktioniert natürlich auch. Wir öffnen im Shopware das Verzeichnis Engine Shopware Plugins Local Frontend. In dieses Verzeichnis laden Sie den Connector, den wir eben aus dem Kundencenter heruntergeladen haben, hoch. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht die .zip-Datei hochladen müssen. Die .zip-Datei muss entpackt werden und der darin enthaltene Ordner JTL-Connector muss hochgeladen werden. Dann wechseln wir in das Verzeichnis vom Connector. Im Connector müssen wir noch die Schreibrechte für die Verzeichnisse .config, .db und .logs auf 777 setzen. Jetzt sind wir mit dem FTP-Teil der Einrichtung fertig. Da der Connector als Plugin für den Shopware entwickelt wurde, müssen wir ihn noch im Shop aktivieren. Dafür wechseln wir ins Backend von Shopware 5. Hier wechseln wir in die Einstellungen und öffnen den Plugin Manager. Da wir den Connector lokal via FTP hochgeladen haben, finden wir ihn im Menüpunkt Installiert, aber noch unter Deinstallierte Plugins. Wir klicken auf das grüne Pluszeichen neben dem Connector, um ihn zu installieren. Durch die Installation müssen wir bestimmte Bereiche des Caches im Shop leeren. Das bestätigen wir mit einem Klick auf ja. Jetzt ist der Connector installiert und wir müssen ihn nur noch als Plugin aktivieren. Das machen wir mit einem Klick auf den entsprechenden Button. Im unteren Bereich vom Connector finden wir den Autorisierungstoken, der vom Connector generiert wurde. Diesen Token müssen wir kopieren und sicher notieren. Dann speichern wir die Einstellungen und sind mit der shopseitigen Einrichtung vom JTL-Connector fertig. Jetzt richten wir die Verbindung zwischen JTL-Wawi und dem JTL-Connector ein. Dafür öffnen wir die Webshop-Einstellungen und fügen einen weiteren Shop hinzu. Hier fügen wir als erstes die Webshop-URL ein. Wir tragen hier die URL unseres Shops gefolgt von //jtl-connector ein. Der Zusatz //jtl-connector ist wichtig, da JTL-Wawi den Connector sonst nicht erreichen könnte und dann natürlich auch keine Verbindung herstellen könnte. Unter Passwort tragen wir den Autorisierungstoken aus dem Connector-Plugin vom Shopware 5 Backend ein. Wenn wir jetzt auf Testen Lizenz aktivieren klicken, erhalten wir eine positive Rückmeldung und JTL-Wawi kann eine Verbindung zum Shopware 5 herstellen. Jetzt tragen wir noch einen sinnvollen Namen für den Shop ein. Dieser Name ist nur intern für JTL-Wawi und wird nicht an den Shop übertragen. Als nächstes klicken wir auf Connector konfigurieren. Jetzt öffnet sich die Wawi-seitige Shop-Konfiguration. Auf der linken Seite werden die Kundengruppen gemappt. Jeder Kundengruppe im Shop muss eine Kundengruppe innerhalb der Wawi zugeordnet werden. Zu jeder Kundengruppe innerhalb des Shops muss es also ein Gegenstück in der Wawi geben. Aber nicht zu jeder Kundengruppe in JTL-Wawi muss es ein Gegenstück im Shop geben. Die Zuweisung machen wir mit einem Doppelklick und wählen dann aus dem Dropdown die Kundengruppe der Wawi aus, die der Shop-Kundengruppe auf der linken Seite jeweils zugeordnet werden soll. Im mittleren Block legen wir fest, welche Daten bei einem Webshop-Abgleich zwischen JTL-Wawi und dem Shop übertragen werden sollen. Unser Shopware ist in diesem Video zwar frisch aufgesetzt, aber da wir in Zukunft produktiv mit dem Connector arbeiten, möchten wir Artikel, Kategorien und vor allem Aufträge und Kunden immer bei einem Abgleich aus dem Shop abholen. Damit unsere Artikeldaten im Shop immer synchron mit denen der Wawi sind, setzen wir den Haken Daten zum Webshop senden und wählen Artikel komplett. Auch Kundendaten und Bilder möchten wir zum Shop übertragen. Auf der rechten Seite sehen wir die im Shop und in JTL-Wawi eingerichteten Steuersätze. JTL-Wawi kontrolliert, ob für jeden Steuersatz aus dem Shop ein passender in JTL-Wawi hinterlegt ist. Im Reiter Synchronisierungsoptionen sehen wir eine Übersicht über alle Daten, die zwischen Connector und Shop übertragen werden können. Wenn Sie genau einsehen möchten, welche Daten übertragen werden und welche nicht, können Sie das hier jederzeit machen. Im Reiter Funktion können wir einsehen, welche Funktionen mit dem Connector unterstützt werden und welche nicht. Da Shopware keine Variationsartikel unterstützt, können wir diese auch nicht mit dem Connector übertragen und das wird hier entsprechend angezeigt. Variationskombinationen hingegen sind kein Problem. Diese Übersicht ist von Shop-System zu Shop-System unterschiedlich und eine genaue Auflistung, welche Daten in welches Shop-System übertragen werden können, finden Sie in unserer Online-Dokumentation. Wir speichern die Konfiguration und schließen die Webshop-Einstellungen mit einem Klick auf OK. Bevor wir Artikel in unseren Shop laden können, muss ich auf eine Besonderheit von Shopware eingehen. Für Shopware sind ganze Shops intern Kategorien. Also jede Kategorie repräsentiert innerhalb von Shopware potenziell einen eigenen Shop. Damit wir unsere Kategorien in einen einzelnen Shop laden können, müssen wir uns zunächst die Shopware Hauptkategorie vom jeweiligen Shop runterladen. Dafür starten wir als allererstes einen Webshop-Abgleich. Hier setzen wir den Haken bei Zusammenfassung anzeigen und klicken auf Starten. Jetzt läuft der Abgleich mit unserem Shopware 5. Wir sehen, dass eine Kategorie empfangen wurde. Wenn wir jetzt das Abgleichsfenster schließen, sehen wir, dass die Kategorie Deutsch dazugekommen ist. Diese Kategorie wurde vom Shop als Standardkategorie bei der Installation des Shops angelegt. Diese Kategorie ist jetzt auch als Wurzelkategorie für den Shop zu betrachten. Wenn wir also Kategorien inklusive Unterkategorien und Artikel zum Shop laden möchten, müssen sie zuerst in diese Kategorie verschoben werden. Bitte beachten Sie, dass diese Kategorie jetzt nicht aus JTL-Wawi gelöscht werden darf. Dies ist die Wurzelkategorie für den Shopware 5. Sie können diese Kategorie natürlich für interne Zwecke umbenennen und diese Änderung wird im Frontend nicht angezeigt. Wir möchten die Kategorien Barcode Scanner und Etikettendrucker mit allen Unterkategorien und Artikeln in den Webshop laden. Daher markieren wir zunächst Barcode Scanner und klicken auf Verschieben. Jetzt wählen wir die Kategorie aus, in die wir Barcode Scanner verschieben möchten, also in unserem Fall die Kategorie Deutsch. Das gleiche machen wir für die Kategorie Etikettendrucker. Wir müssen die zugewiesenen Kategorien noch online schalten. Also öffnen wir die Kategorie Deutsch und öffnen mit einem Doppelklick die Kategoriedetails. Dort aktivieren wir die Kategorie für den Webshop und speichern unsere Einstellungen. Das gleiche führen wir dann für die Kategorie Etikettendrucker durch. Nun starten wir wieder einen Webshop-Abgleich. Da wir diesmal einige Daten hochladen, kann der Abgleich je nach Leistung der Internetleitung und Verarbeitung im Shop ein paar Minuten dauern. Am Ende vom Abgleich können wir nochmal genau einsehen, welche Daten versandt worden sind. Im Reiter Warnungen sehen wir, dass sich in einer unserer Kategorien wohl ein Variationsartikel befunden hat. Da diese nicht von Shopware unterstützt werden, wurde dieser Artikel nicht hochgeladen. Wir können uns hier also auch immer direkt die Artikelnummern von solchen Fällen rauskopieren. Der Abgleich der anderen Daten wird davon natürlich nicht beeinflusst. Jetzt schließen wir das Abgleichsfenster und sehen, dass alle von uns ausgewählten Daten in den Shop geladen worden sind. Dies war ein Video-Tutorial zur Einrichtung des JTL-Connector an den Shopware 5. Wie wir Aufträge vom Shop abholen und bearbeiten, schauen wir uns in einem anderen Video-Tutorial an und ich freue mich darauf, Sie dann wieder begrüßen zu dürfen.